Gemeinsam wollen wir die Lebensmittelerzeugung nachhaltig verändern. Wie wir das schaffen können? Wir zeigen es dir. In der Landwirtschaft steckt viel Potenzial. Hier am Werragut soll eine klimaresiliente, artenvielfaltfördernde und gleichzeitig produktive Landwirtschaft entstehen. Hey, ich bin Christoph. Als Mitbegründer von Triebwerk planen wir deutschlandweit Agroforstsysteme. Und ich bin Julius, Biolandwirt auf dem Werragut. Um dem Hof eine Zukunft zu geben, wollen wir hier ein Agroforstsystem anlegen. Agroforstsysteme sind die Kombination aus Bäumen und Sträuchern und der klassischen Landwirtschaft. Sie bieten vielfältige Vorteile. Sie speichern CO2, beugen Dürren vor und den Lebensraum für viele Insekten. Auch den hier lebenden Tieren, Hühnern, Kühe bieten sie Schutz. Und irgendwann liefern sie auch leckere Lebensmittel. Hier haben wir im März eine erste Probepflanzung eines besonders diversen Agroforstsystems angelegt. Auf diesen zwölf Hektar revolutionieren wir die Landwirtschaft. Im Wechsel zu Acker- und Streifen wachsen zukünftig über 1000 Bernsträucher, Obst- und Nussbäume. Insgesamt 15 verschiedene Arten, von Esskastanie über Apfel bis hin zur Feige. Wir vom Werragut und Triebwerk wollen hier gemeinsam zukunftsweisende Landwirtschaft als sozialen Bildungsort erlebbar machen. Für dieses ambitionierte Projekt brauchen wir 90.000 Euro. Derzeit gibt es aber keine Förderung für Agroforstsysteme und alleine schaffen wir es nicht. Dafür brauchen wir euch. Zusammen können wir den Klimawandel bekämpfen, das Artensterben stoppen und Böden regenerieren. Seid auch ihr Teil dieses Projektes, das neue nachhaltige Wege in der Landwirtschaft geht. Und unterstützt uns jetzt! KT HislNG KT HislNG KT HislNG Bis zum nächsten Mal.